Unterwegs ohne Auto. Das Glück auf zwei Rädern. In der Natur und auch in der Stadt. Weil ich finde, dass Radfahren in der Stadt das beste Verkehrsmittel ist, das schnellste, das gesündeste, aber tatsächlich auch das schnellste. Immer mehr Menschen machen mit und immer mehr Kommunen wagen die Wende, damit Radfahren sicherer und attraktiver wird. Die morgendliche Rushhour am Bahnhof von Utrecht in den Niederlanden. Ein Spektakel. Ich bin begeistert. Allein diese Männer. Um das zu erleben, sind Stadtplanerin Katrin Korth und ihr Kollege Daniel Hammer aus Tübingen angereist. Und eigentlich ganz simpel von der Lösung her, ja, das ist ja jetzt hier eine ganz klassische Rechts-vor-Links-Kreuzung. Mal sagen, guck mal. Tschuck. Boah. Geht aber. Geht, hä? Man hat auch noch kein Klingeln hören. Nein. Es ist so euphorisierend, also so viele Menschen auf dem Rad zu sehen. Also wo das so selbstverständlich ist als Fortbewegungsmittel. Utrecht gilt als Fahrradparadies. Ein Großteil der 370.000 Einwohnerinnen und Einwohner radelt zur Arbeit. Ein Verdienst von Herbert Tiemens. Er ist seit über 20 Jahren Verkehrsplaner und empfängt heute den Besuch aus Tübingen. Hallo. 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 Good to see you. Neue Ideen für den Radverkehr. Davon hat Herbert Tiemens einige. Dazu zählt das größte Fahrradparkhaus der Welt. 2019 eröffnet mit 12.500 Plätzen. Die Schilder hier zeigen an, wie viele Plätze verfügbar sind. Wenn du ankommst, weißt du also, wo du hinkannst. Jede Menge an Komfort für den Radverkehr. Davon wollen die Tübinger lernen. Reinrollen, einchecken ohne abzusteigen und dann direkt zum Zug. Oder man dreht eine Runde durch das Labyrinth. Das Wegesystem ist über einen Kilometer lang. Mit drei Etagen und zwei Ausfahrten an beiden Enden. Die ersten 24 Stunden sind gratis. Danach kostet das Parken 1,30 Euro pro Tag. Ach, da seid ihr. Hier vorne ist der Sensor und da oben die Antenne. Die meldet dann, wie viele Stellplätze belegt sind. Ein Leitsystem, das Pendlerinnen und Pendlern sehr viel Zeit erspart. Das ist eine gigantische Dimension. Aber so die Überlegungen, was Herbert uns erzählt hat, sind ähnlich wie unsere. Wenn ich dann sehe, okay, hier drei Gänge weiter, ist wieder grün angezeigt. Ich kann da parken und fahre da direkt das an. Das ist dann schon was, wo man, glaube ich, schon weiterverfolgt. Überall in der Stadt gibt es weitere Parkhäuser und Anzeigen, wie man sie in Deutschland nur für Autos kennt. Uytricht fährt voraus. Ein spezielles Ampelsystem, sehr breite Radwege und kreative Wegführungen. Eine Radpolitik mit großem Erfolg. Während in Deutschland nur 11% aller Wege mit dem Rad zurückgelegt werden, sind es in den Niederlanden 27% und in Uytricht sogar 56% aller Wege. Fast niemand fährt hier mit Helm. Die Radwege verlaufen meistens getrennt von den Autos. Die Menschen fühlen sich sicher. Du hast eine Struktur, auf der du dich bewegen kannst und die ablesbar ist. Also du kannst es im Stadtraum ablesen. Das finde ich eigentlich so gut, was mir gut gefällt hier. Das zeigt ja, okay, da wird einem echt ein hoher Stellenwert und auch irgendwie eine hohe Wertschätzung entgegengebracht als Radfahrender. Daniel Hammer hat zwei Söhne. Katrin Kort einen Sohn. Als Eltern veränderte sich ihre Sicht auf Stadtplanung. Ich würde nicht in jeder deutsche Stadt mit Kindern fahren. Aber hier würde ich es machen. Ja. Die entscheidende Frage, würden wir mit unseren Kindern fahren, ist so die große Frage für die Sicherheit. Und die kann man hier relativ gut beantworten. In den letzten 30 Jahren wurde Utrecht von einer Auto zur Fahrradstadt. Wie an dieser Kreuzung wurden viele Ampeln abgeschafft. Freie Fahrt für Zweiräder. Ein Zwischenstopp zeigt jedoch, für manche ist das nicht ungefährlich. Wir haben die Stadt immer mehr auf den Radverkehr abgestimmt und dabei fast vergessen, dass es auch Fußgänger gibt. Jetzt reparieren wir das und schaffen wieder mehr Platz für Fußgänger. Während in der Stadt etwas gebremst werden muss, beschleunigen die Niederlande den Ausbau der Fernradwege über Land. Trotz Regen herrscht Regerverkehr. Zur Schule, zur Arbeit. Jeden Tag fährt diese Uniprofessorin sieben Kilometer bis nach Utrecht. Ich bin noch nie mit dem Auto gefahren. Und ich arbeite da schon seit 13 Jahren. Ich fahre immer mit dem Rad. Kein Stau, keine Parkplatzsuche. Und Strecken von fünf bis zehn Kilometern sind hier Routine. Schon als Kind radelt man zur Schule. Das Radfahren ist also fast wie angeboren. Das Netz aus Fernradwegen wird im ganzen Land weiter ausgebaut. Zuletzt auch diese 20 Kilometer Schnellverbindung von Utrecht nach Amersfoort. Das ist eine Non-Stop-Route also. Vorfahrt für Fahrräder. Jetzt kommen wir auf eine Fahrradstraße. Auf dem Schild steht, dass Autofahrer zu Gast sind. Und die rote Farbe zeigt, dass es sich um eine Fahrradroute handelt. Aber Autos dürfen sie als Gäste benutzen. Ausnahmen, damit Wohnhäuser mit Autos erreichbar bleiben. Ansonsten konsequente Trennung und sicheres Fahren. Auch in den Niederlanden gibt es ein dichtes Autostraßennetz. Hier führen die Radschnellwege unter einem Kreisverkehr hindurch. Neue schnelle Radwege plant auch Tübingen. Der Besuch in den Niederlanden macht Lust auf mehr. Am Kreisverkehr bin ich bevorrechtigt. Und das System oder das Prinzip ist irgendwie durchgängig. Und ich fahre irgendwie immer mit anderen Fahrradfahrenden. Also ich fahre nicht alleine. Großartig. Also ich glaube, das zeigt so dieses Gefühl, man kann ja einfach auf einer eigenen Strecke völlig entspannt durchfahren. Und das macht es am Ende auch schnell. Utrecht macht es vor. Dort ist Radeln sicher und selbstverständlich. Andere Städte können davon lernen. Radfahren durch Frankreichs schönste Landschaften. Nah an der Natur. Die große Leidenschaft von Félix Ebert. Radfahren ist für mich reinstes Vergnügen. Da kann ich über mich hinauswachsen und bin auch noch klimafreundlich unterwegs. Zehn Jahre lang fuhr Félix Ebert professionelle Radrennen. Auf ultraleichten Carbonrädern wie diesem. Heute sieht der 36-Jährige das Material kritisch. Fahrräder aus Carbon haben mehrere Nachteile. Die Rahmen sind nicht sehr bequem, das Material federt nicht. Ich bekam davon Rücken- und Nackenschmerzen. Außerdem ist Carbon schlecht für die Umwelt. Meistens kommen die Rahmen aus Asien und Carbon ist fossilen Ursprungs. Die Industrie ist sehr umweltschäppig. Für Félix Ebert war nach der Karriere klar, er möchte das Rad neu erfinden. Bequem und umweltfreundlich. Dabei stieß er auf ein ungewöhnliches Material. Die neueste Lieferung wird genau geprüft. Die Bambusrohre sehen gut aus. Schön gerade, gut getrocknet. Das ist wichtig. Bambus muss trocken sein, damit er lange hält. Sehr stabil und schön leicht. Schon seit zehn Jahren setzt er auf Bambus. In Europa wird Bambus nur wenig verwendet. Ich mag die Herausforderung, ihn als Material einzusetzen. Ich will zeigen, dass man mit innovativen Produkten die CO2-Emissionen drastisch senken kann. Diese Stangen kommen aus Südfrankreich. Ein kurzer Transportweg. Und ein natürlicher Rohstoff, der innerhalb weniger Jahre nachwächst. Fahrräder werden in der Regel aus drei Materialien hergestellt. Ein einziger Rahmen aus Stahl verursacht etwa sechs Kilo CO2. Bei Aluminium sind es 15. Und bei Carbon sogar 26 Kilo CO2 pro Rahmen. Mit diesem natürlichen Stoff werden die Bambusrohre miteinander verbunden. Leinenfaser aus Nordfrankreich. Heute werden Leinenfasern in verschiedenen Bereichen immer häufiger verwendet. In der Luftfahrt, in der Autoindustrie. Und es gibt auch Segelrennboote aus Leinenfasern, die den Atlantik überquert haben. Rein pflanzlich geht es aber nicht. Komponenten wie Räder oder Lenker müssen dazugekauft werden. Möglichst langlebig, möglichst aus Europa. Ein maßgefertigtes Draht kostet um die 5000 Euro. Das können sich viele nicht leisten. Okay, hochfahren. Um mehr Räder auf die Straße zu bringen, musste Felix Hebert die Idee weiterentwickeln. Produktion in Serie, dank Lasertechnologie und vorgefertigter Bauteile. Die Rahmen bestehen aber weiterhin nur aus Leinen und Bambus. Im Vergleich zu den maßgefertigten Rahmen brauchen wir jetzt nur noch ein Zehntel der Arbeitszeit. Wir brauchen für so ein Fahrrad in Serie nur noch fünf Stunden. Dazu stecken wir die Bambusrohre einfach in das Scharnier aus Leinenfaser. Und so erhalten wir einen robusten und leistungsfähigen Rahmen. Probefahrt in Lyon. Bambusräder sind in der Großstadt bisher eine Seltenheit. Um neue Zielgruppen anzusprechen, ist im Rahmen ein Zusatzantrieb versteckt. Ein E-Bike. Viele Vorteile, aber auch neue Herausforderungen für Felix Hebert. Wie kommt er an umweltfreundliche Akkus? Ohne Akku, aber mit viel Energie für Tübingens große Radwände. Daniel Hammer auf dem Weg zum Prestigeprojekt. Die neue Radstation im Hauptbahnhof ist fast fertig. Es fehlt aber noch das digitale Parklight-System, so wie in Utrecht. In den Niederlanden sieht man das schon immer mehr. Und das wollen wir hier auch im Kleinen machen. Und wir haben eben hohe Pendlerzahlen und dann ist das eigentlich nicht nur irgendwie ein nettes Gimmick, sondern das ist ein Must-Have eigentlich. Das gehört zum Standard, um, sag ich mal, gute Radverkehrsförderung zu machen. Das Ziel ist klar. Tübingen will mithalten mit den Niederlanden. In der schwäbischen Unistadt leben 90.000 Menschen. Für den steigenden Radverkehr braucht es jede Menge neue Wege und Brücken. Darum kümmert sich Katrin Korth aus Überzeugung. Weil ich finde, das Radfahren in der Stadt das beste Verkehrsmittel, ist das schnellste, das gesündeste, aber tatsächlich auch das schnellste. Zurzeit investiert keine andere deutsche Stadt so viel in Radinfrastruktur wie Tübingen. Pro Kopf sind es in Berlin 5 Euro im Jahr. In der dänischen Fahrradmetropole Kopenhagen sind es 35 Euro. Tübingen liegt aktuell bei 79 Euro pro Kopf. Hi, bin ich schön. Hi, bin ich schön. Ja, ich bin kurz. Daniel Hammer und Katrin Korth setzen im neuen Parkhaus auf Sicherheit. Videoüberwachung und Bildschirme müssen aber noch optimiert werden. Wichtig ist ja tatsächlich, dass die einzelnen Gänge ausgeleuchtet sind, damit man, wenn man hier alleine reinkommt abends... Dass du wirklich in jedes Eck schauen kannst, ob sich da irgendjemand drin drückt. Und das müssen wir nachher, das müssen wir mit den Elektrikern besprechen. Ja. Das Wesentliche aber funktioniert. 1100 neue Stellplätze am Bahnhof. Vom Gleis geht's direkt zum Stellplatz. Für Pendler ideal. Ich finde es super. Es ist sehr viel Platz. Davor war es immer ein bisschen knapp in der Abstellgelegenheit oben am Bahnhof. Das Rad steht hier im Mittelpunkt und nicht, wie sonst so oft, hinten an. Du bist irgendwie immer am Rand. Also wir haben eine Infrastruktur, die ist stark aufs Auto ausgerichtet. Und irgendwo hört man Radweg auf, irgendwo finde ich keine Abstellmöglichkeit. Wenn wir wollen, dass mehr Leute mit dem Fahrrad fahren, dann müssen wir es ihnen so einfach wie möglich machen. So wie wir es für Autos selbstverständlich machen. Parken, Werkstatt und Verleih. Alles an einem Ort. Details, auf die es ankommt. Sie möchten einmal ihr Rad waschen. Zum besonderen Fahrradservice gehört in Tübingen neuerdings auch diese Mini-Waschstraße. Das Einzige, was man selber machen muss, ist durchschieben. Nach 5 Minuten glänzt das Rad wie neu. 7 Euro inklusive Trockenwischen. Ich lasse das lieber hier von Fachleuten machen. Und ich hätte das Fahrrad niemals so sauber gekriegt, auch wenn ich mich da 2 Stunden drangestellt hätte. Glaube ich nicht. Also es ist wirklich super. Ein Aspekt, auf den der Betriebsleiter der Radstation besonders stolz ist, hier arbeiten Menschen, die es woanders schwer haben. Es gibt hier inklusive Arbeitsplätze, das heißt, diese ganzen Angebote werden von Menschen mit und ohne Handicap Hand in Hand abgearbeitet. Egal ob mit einer psychischen Komponente oder aus dem Bereich der geistigen Behinderung, können wir hier einfach Arbeitsplätze anbieten. Zu Vision von Stadtplanerin Katrin Korth gehört auch Tübingens längste Fahrradbaustelle, die neue Radbrücke West. Bald soll sie fertig sein. Heike Ruhes leitet das Projekt. Sie führt Katrin Korth heute zum ersten Mal auf die Brücke. Ich finde es großartig, weil die sich so, die schmiegt sich so ein. Und man fährt hier so, eigentlich so als Teil einer Stadtlandschaft. Ein Großprojekt, das 15 Millionen Euro kostet. Zur Orientierung, ein Kilometer Autobahn kostet im Schnitt ungefähr 10 Millionen Euro. Eine Frage der Prioritäten. Das Rad kommt bisher zu kurz, meint die Stadtplanerin. Wir sagen, der Radverkehr kann nur dann attraktiv werden, wenn er eigene Routen bekommt. Da, wo es geht. Das ist schon die Philosophie auch aus den Niederlanden, aus Dänemark, die das seit vielen Jahren erfolgreich machen. Wie Utrecht setzt Tübingen auf durchgängige Radverbindungen. Das blaue Band verläuft quer durch die Stadt. Bald sollen daran Radschnellwege aus dem Umland anschließen. Die Vision, Radpendeln auf Strecken von 20 Kilometern und mehr. Auch dank Speed-Pedelecs. E-Bikes mit Kennzeichen. 45 kmh sind sie schnell. Um das Potenzial zu erforschen, testen Pendler wie Doro Gregorian das S-Pedelec im Alltag. Also macht total Spaß. Hat halt morgens die Kraft und morgens die Power. Ich finde schon astrein, muss ich schon sagen. Ich habe sehr viele Straßen, die ich fahren kann. Durch das Zusatzschild S-Pedelec frei erkenne ich ganz klar, dass ich hier willkommen bin. Aber an den Ortsgrenzen, an den Stadtgrenzen hört es halt oft mal nicht zurück. Also das ist noch ein bisschen bedauerlich. Aber ich komme hier in alle Richtungen, Nord, Süd, Ost, West, durch Tübingen, durch, ohne irgendein Problem. Verkehrsplaner Daniel Hammer hofft, dass mehr Menschen vom Auto aufs S-Pedelec umsteigen. Klar, im Moment haben wir noch nicht so viele S-Pedelec-Nutzer. Aber ich muss erst mal eine Infrastruktur irgendwie schaffen, damit überhaupt der Reiz entsteht oder das Angebot entsteht, zu sagen, okay, ich nutze jetzt so was. Damit es keine Unfälle gibt, müssen S-Pedelecs an dieser Stelle das Tempo drosseln. Aber als erste deutsche Stadt erlaubt Tübingen sie auf vielen Radwegen. Überall, wo diese Schilder stehen. Vieles ist schon angestoßen. Und doch ist die Stadt noch nicht am Ziel. Auch in Lyon sind immer mehr E-Bikes unterwegs. Ein Trend, auf den Felix Hebert mit seinem Elektro-Bambus-Rad aufsteigen will. Umweltfreundliche Akkus gibt es aber noch nicht. Ein Problem für ihn und die gesamte Industrie. An einer Lösung arbeitet Anne-Sophie Kestikère, eine gute Bekannte. Salut Felix, wie geht's? Salut. Schön, dich zu sehen. Seit zwei Jahren verkauft Felix E-Bikes. Noch hat er keine Probleme mit dem Elektroantrieb. Doch in der Regel halten die Akkus nicht so lange wie das Rad. Irgendwann werden wir unsere Batterien mal austauschen oder zumindest reparieren lassen müssen. Es ist also nur logisch, dass wir das bei der Entwicklung mitdenken müssen. Reparieren statt wegschmeißen. Das ist die Idee von Anne-Sophie Kestikère. Hunderttausende gebrauchte Akkus hat ihre Firma Docti-Bikes. Er hat die Akkus schon unter die Lupe genommen. Wir starten den Leistungstest. Dabei messen wir die Restkapazität des Akkus und sehen, ob er bei 180 oder nur 50 Prozent seiner Leistung ist. In diesem Fall sind es 72 Prozent. Wahrscheinlich lohnt es sich, die Batterie zu reparieren. Die 33-Jährige führt das Unternehmen seit zehn Jahren und beschäftigt 19 Mitarbeitende. Auch in Deutschland. Im Akkupaket werden jetzt die roten Zellen einzeln getestet. Sie sind noch in Ordnung. Gesteuert wird alles von diesem Teil. Das Batteriemanagement-System ist das Gehirn des Akkus. Hier sind Spuren auf einigen Leitern. Dorian Nali erkennt Rost, verursacht durch Feuchtigkeit. Ein Klassiker. Das Problem muss also daher kommen. Wir brauchen also nur die Karte auszutauschen, dann funktioniert er wieder. Die Reparatur wird knapp 400 Euro kosten. Und der Akku dann wieder einige Jahre halten. Immerhin 40 Prozent Ersparnis gegenüber einem neuen. Und vor allem umweltfreundlicher. Denn Akkus sind nur schwer zu recyceln. Egal ob Fahrrad, Roller oder E-Auto. Meist kommen die Akkus aus Asien. Und enthalten problematische Rohstoffe. Wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan oder Grafit. Deren Abbau geht oft zu Lasten von Natur und Menschen. Dennoch wird bei der Herstellung von Akkus deren Reparatur kaum mitgedacht. Einzelne Batteriezellen auszutauschen ist nicht möglich. Bisher jedenfalls. Hier ist unser neuster Prototyp. Wir haben ein Modell entwickelt, bei dem wir fehlerhafte Zellen identifizieren und dann einzeln austauschen können. Dadurch entsteht bei der Reparatur viel weniger Müll. Lassen sich davon auch die Hersteller überzeugen, kann Felix Hebert sein E-Bike aus Bambus noch umweltfreundlicher bauen. Um ihre Idee von reparierten Akkus noch größer zu machen, arbeitet Anne-Sophie Kestikea auch mit anderen Unternehmen zusammen. Der geht nach Berlin, nach Deutschland. Das Geschäftsmodell dort, gebrauchte Akkus für gebrauchte E-Bikes. In Berlin kriegen nicht nur Akkus, sondern ganze E-Bikes ein zweites Leben. Wie viele Räder haben wir gerade? Etwa 950. Das sind eine ganze Menge. Upway ist ein Online-Versand. Gegründet von Toussaint Wattin. Auch er ist Franzose. Den Berliner Standort leitet Dario König. Aus ganz Deutschland kommen täglich Lieferungen mit gebrauchten Rädern zum Reparieren und Weiterverkaufen. Auf unserer Webseite können Leute uns einige Informationen und Fotos von ihrem Fahrrad schicken. Dann machen wir ihnen ein Angebot. Und wenn sie es annehmen, holen wir die Räder zu Hause ab. Und nach einer Überprüfung hier vor Ort bezahlen wir ihnen den vereinbarten Preis. Bei einigen Rädern funktioniert der Akku nicht mehr. Ein Fall für Doctibike in Lyon, die den reparierten Akku dann zurück nach Berlin schicken. So wie hier. Etwa die Hälfte der fehlerhaften Akkus lassen sich reparieren. Die andere Hälfte müssen wir durch neue ersetzen. Ein funktionierender Akku ist hier nur der erste Schritt. Von vorne bis hinten werden die Räder durchgecheckt und repariert. Aus alt mach wie neu. Ich hab ne Reparatur für dich. Du siehst selber, hat schon einige Kilometer runter. Kontrollier auf jeden Fall mal alles durch. Ich schätze mal, Kette, Ritzel, Bremsbeläge müssen auf jeden Fall gemacht werden. Das Rad stammt von einem Lieferdienst und ist stark abgenutzt. So, die Kette ist noch gut. Nur was heil ist, darf dranbleiben. Ich hab jetzt die Bremsbeläge gewechselt. Daraufhin hat jetzt die Bremse geschliffen. Und jetzt stellen wir die Bremse neu ein. Ein halber oder ganzer Tag Arbeit. Je nach Zustand des Rades. Doch es lohnt sich, meint der Werkstattleiter. Einfach, damit die Menschen mehr von den Fahrrädern haben. Weil warum sollte man immer alles sofort wegschmeißen? Also, es ist einfach Nachhaltigkeit. Und klar, wir haben Arbeitszeiten, die investiert werden. Und wir haben auch Produkte, die verbraucht werden dafür. Aber zum Schluss können wir immer noch ein bisschen Gewinn draus schlagen. Allein in Deutschland gibt es knapp 10 Millionen E-Bikes. Und 2023 wurden erstmals mehr Räder mit Elektroantrieb verkauft als ohne. Auch hier in Berlin läuft es gut. Am Tag verpacken wir 10 bis 60 Räder. Bei Upway setzen sie darauf, dass der Gebrauchtmarkt noch mehr Fahrt aufnimmt. Ähnlich wie schon bei Handys, Kleidung oder Autos. Diese Form der Kreislaufwirtschaft wächst sehr schnell in vielen Bereichen. Und ich glaube, in 10 Jahren fragen sich unsere Kinder, warum wir damit nicht früher angefangen haben. Für sie wird es selbstverständlich sein. Darauf deutet die aktuelle Entwicklung hin. Inzwischen ist das Rad fertig repariert und rollt Richtung Reinigung. Da war es wunderschön, dass wir dich mitgebracht. Denkst du, du kriegst so eine Stelle hier wieder sauber? Ja, gucken wir mal. Das wird wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger, weil da hast du überall im Rahmen. Aber es wäre fabelhaft, wenn der Rahmen wieder schön glänzen kann. Statt mit Wasser arbeitet Maik Minor mit Eis. Temperatur minus 78 Grad. Da sind Eiskristalle drin und die werden mit Druckluft durch den Schlauch gepresst. Und die Eiskristalle treffen auf den Dreck und der Dreck wird dadurch zersprengt und fällt damit ab. Damit das Rad online verkauft werden kann, wird es anschließend professionell fotografiert. Da sind Kratzer. 1500 Euro wird es kosten, wegen der Kratzer. Die Hälfte vom Neupreis. Manche Kundinnen und Kunden sind bereit, auch noch mehr für gebrauchte Räder zu zahlen, wenn das Vertrauen da ist. Das erreichen wir durch die Reparaturen, aber ja, auch durch die Reinigung und durch die hochwertigen Fotos. So können Kunden prüfen, ob es optische Mängel gibt, auch wenn sie die Fahrsicherheit nicht mindern. Mittlerweile ist Upway in vier Ländern aktiv. Toussaint Watin will mit seinem Unternehmen weiter wachsen und jährlich eine Million gebrauchte Räder zurück auf die Straße bringen. Für ihn hat der E-Bike-Boom gerade erst begonnen. Der E-Bike-Anteil steigt. Auch im hügeligen Tübingen. Hier überquert die neue Radbrücke inzwischen die Gleise. Heute wird eines der letzten Teile eingehoben. Millimeterarbeit mit dem Schwerlastkran. Für Stadtplanerin Katrin Kort ein wichtiger Moment. Über sieben Jahre nach Beginn der Planungen. Ich finde jedes Teil, was eingehoben wird, großartig. Weil jedes Teil ist so ein Stück mehr zu dem, wie es dann fertig ist. Und ich freue mich unglaublich auf den ersten Moment, wenn wir hier drüber fahren. Und so soll es aussehen, wenn hier bald schon die ersten Räder rollen. Mit weitläufigen Schlaufen, damit die Auffahrt nicht zu steil ist. Zwei weitere Radbrücken sind schon fertig. Und baulich eine echte Seltenheit. Nicht zu sehen, aber unter der blauen Farbe verbirgt sich eine Hightech-Funktion, die Verkehrsplaner Daniel Hammer besonders wichtig war. Es sind sozusagen im Boden Heizspiralen verbaut, eben mit einem Temperatursensor. Und der springt dann eben bei drei, vier Grad eben an. Das ist eben automatisiert. Und da ist sozusagen die Intelligenz, der Kopf da drin verbaut. Der erste Winter ist überstanden. Welche Erfahrungen haben Radlerinnen und Radler mit der Brücke gemacht? Ich wusste nicht, dass sie eine Heizung hat. Aber das ist ja cool, weil ich habe noch gedacht, okay, hier ist mal nicht glatt. Das ist ja super. Die Brücke wird mit Strom beheizt. In Tübingen größtenteils aus erneuerbaren Energien. Fachleute vermuten, dass sie gerade wegen der Heizung deutlich langlebiger sein wird. So eine Brücke hält ungefähr 100 Jahre. Und durch die Heizung, weil wir da eben kein Streusalz einsetzen, verlängert sich die Haltbarkeit eben. Wir können jetzt nicht sagen, um genau 50 Jahre, aber wir gehen nur mehrere Jahrzehnte aus, dass sie dadurch länger haltbar ist. Sicherheit und Komfort für Menschen auf dem Rad. Möglichst wie in Holland. Doch wie viele deutsche Städte ringt Tübingen mit begrenztem Raum für Räder, Autos und Busse. Hier wählte man Kompromisse. Auf dieser Hauptachse durch die Innenstadt sind Fahrräder zwischen den Busspuren unterwegs. Aber auf einer vier Meter breiten Spur. Wir haben auch das Ziel, möglichst keine Verkehrsunfälle auf unserer Infrastruktur zu haben und versuchen die natürlich auch möglichst robust zu planen. Und das kann aus meiner Sicht nur funktionieren, wenn man die auch entsprechend breit dimensioniert. Weil wir haben hier weit über 6000 Radler am Tag. Und das muss einfach die Infrastruktur auch packen können. Das Fahrrad bekommt als Verkehrsmittel mehr Raum. Doch anders als in Holland will die Stadtplanung von Anfang an die Interessen von Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, stärker mit berücksichtigen. Der Konflikt, den wir die letzten Jahre hatten, Auto zu Rad, der verlagert sich jetzt auf den Konflikt Rad zu Fuß. Ist in Teilen berechtigt, in Teilen ist er vielleicht auch ein bisschen überzogen. Es ist tatsächlich so ein bisschen ein kleines Luxusproblem. Ja, vielleicht. Also, kann man schon so sagen. Hört sich vielleicht so ein bisschen blöd an, aber ich glaube schon, dass das funktionieren tut es. Blaues Band, Radstation, beheizte Brücken. Die Stadtplanerin ist stolz auf das Erreichte. So ein Projekt macht man einmal im Leben. Und wir stehen hier häufiger und schauen uns um und denken so, wow, wie geil ist das denn? Sichere Routen durch die Stadt. Damit das Rad zur schnellen Alternative zum Auto wird. Utrecht hat es vorgemacht. Und nun reisen erste Gemeinden nach Tübingen, um sich hier von der neuen Radinfrastruktur inspirieren zu lassen. So ein Projekt CC mirает. Und ich bin einer in einer in dieser Prachtung von rausgelehnt. Und dann wird es auch, dass das Radinfrastruktur inspiriert wird. Und ja, wir arbeiten ... Untertitelung des ZDF, 2020